Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem leichten Ausdauertraining für mehr Abwehrkräfte. Heute werden wir uns nicht ganz so auspowern, sondern werden uns einfach mal eine halbe Stunde lang bewegen und damit natürlich auch unsere Abwehrkräfte stärken und Fett verbrennen natürlich auch, Energie verbrauchen, aber auch unser Herz-Kreislauf-System schulen und stärken. Du beginnst natürlich in der aufrechten Haltung. Ich nutze die Brasil, also wenn du möchtest, dann hol dir einfach Brasils. Die haben so ein Innenleben, wo du zusätzlich deine Arme mittrainierst, deine Körpermitte mittrainierst. Die ist ja auch ganz wichtig, die brauchen wir im Alltag. Du fängst in einer aufrechten Haltung an, hüftschmal, nimmst deine Arme mit oder ohne Brasil neben deinen Körper und machst zuerst einmal eine Walking-Bewegung. Das heißt, du nimmst die Arme neben dir nach vorne. Wenn du jetzt Brasils hast, dann hörst du schon das Granulat vorne und hinten andocken, oder? Knie durchlässig lassen, Becken ganz stabil und mal richtig spüren, wie diese Bewegung schon deine Körpermitte aktiviert. Und der Atem fließt natürlich. Wichtig ist, wie beim Brasil-Walking, denn mit Brasils kannst du auch super walken, dass du vorne hier ein Fenster hast und hinten ein Fenster. Also, dass du die Ellbogen auch wirklich mit nach hinten nimmst. Dann bist du aufgerichtet. Jetzt werde langsamer und versuch die Arme einfach nur zu schwingen. Du kannst auch gerne mal deine Hände aufmachen, die Daumen rund um die Brasil nehmen, wenn du diese Hand hast. Lass deine Knie mitgehen und schwing deine Arme rechts, links nach vorne und hinten. Dein Oberkörper bewegt sich auch hier wieder mit. Also, dreh ganz leicht mit. Unsere Wirbelsäule mobilisieren. Körpermitte haben wir schon stabil jetzt. Jetzt mobilisierst du Schultergürtel, Schultergelenke, Brustwirbelsäule. Und so kommt auch schon mal unser Herz-Kreislauf-System in Schwung. Und jetzt versuchst du den Arm nochmal nach vorne zu schütteln. Also, rechts schüttelt, links schüttelt, rechts schüttelt, links schüttelt. Schulter geht diagonal nach vorne mit. Und wenn du jetzt rechts nach vorne schüttelst, dann geht dein linker Fuß und tippt mit nach vorne und wechseln. Einfach einsteigen, wo auch immer du bist. Dreh deinen Oberkörper und tippe nach vorne. Jetzt schauen wir nochmal. Kein Passgang, sondern wirklich immer diagonal. Geht. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und nochmal gehen am Platz. Und jetzt denk nochmal an die Arme von vorher, an dieses vorne und hinten andocken. Nimm deine Füße ganz locker mit, roll die Füße wirklich locker ab. Und alles in deinem Tempo. Noch vier, drei und nochmal vorne tippen. Acht Stück, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und marschieren. Locker. Drei, noch zwei und nochmal tippen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und gehen, Arme mitnehmen. Ruhig die Knie nochmal höher ziehen und nochmal tippen. Super. Noch zwei und nochmal gehen. Locker. Vorsicht, wir kommen jetzt in die Grätsche. Nimm deine Knie nach außen und roll immer noch die Füße ab. Und dann verlagerst du einfach dein Körpergewicht nach rechts, nach links. Arme mit schwingen. Und wenn deine Arme jetzt an der Seite sind, dann schüttelst du nochmal. Hopp. Runter, schütteln, runter, schütteln. Klappt. Vier, drei, zwei und wir gehen am Platz. Bleib nochmal da. Gehen. Und während du gehst, merkst du schon mal, dass deine Arme in die Bewegung kommen möchten. Also rechte Hand über deine linke Schulter, linke über rechts. Stell dir mal vor, du hast da so kleine Salzbüchsen und du salzt über deine Schulter. Kann man sich vorstellen, oder? Stell uns mal vor, das bringt Glück. Aber es geht auch ohne Prestige, also nimm deine Arme einfach in der Bewegung mit. Vier, drei und nochmal zur Seite verlagern. Und rechts und links und rechts, links. Und nochmal am Platz marschieren. Hier. Gut. Und nochmal verlagern. Von rechts nach links. Und nochmal marschieren. Hier. Wenn irgendwas nicht klappt, ist ganz egal. Gleich nochmal verlagern. Und schütteln. Marschieren. Rechts, links. Jetzt Vorsicht. Bleib mal hier. Und werde wieder ein bisschen enger. Gehen. Arme locker mitnehmen. Und dann versuchen wir einfach mal alles von vorne. Vielleicht weißt du noch, wie es losgegangen ist. Mit dem Tap nach vorne. Genau. Vier. Drei. Zwei. Und wir tippen nach vorne. Genau. Gegenüber liegende Arm. Am Platz marschieren. Walken. Vorsicht. Wir verlagern. Nach rechts. Links. Und wir gehen. Salzen. Noch vier. Drei. Alles von Anfang an. Und tippen. Walken. Hochziehen die Knie. Vorsicht. Verlagern. Einmal. und gehen. Salzen. Super. Das war die schwierigste Choreografie. Jetzt bleibst du einfach mal da dabei. Nimmst beide Arme über die Schultern. Komm ein kleines Stück zu mir nach vorne. Nach vorne. Wenn du Platz hast. Und wieder nach hinten. Zurück. Nach vorne. Vor. 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 Und zurück. Schau mal. Ich gehe. Zurück. Zurück. Nach vorne. Einmal. Zurück. Ja, genau. Nach vorne. Zurück. Nochmal. Zurück. Und wenn du zurück gehst, bleib mal da. Dann darfst du jetzt mal schneller werden. Das heißt, du trippelst. Ganz kleine. Arme gehen immer noch neben deinem Körper mit. Und du kannst auch nur deine Fersen heben. Wenn du willst, hebst du auch deine Fußspitzen. Dann kommt der Puls noch höher. Aber es reicht auch, wenn du so ein bisschen zurück gehst. Okay? Vier. Drei. Zwei. Nach vorne gehen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt zurück. Ein bisschen schneller. Nach vorne. Und einmal. Zweimal. Dreimal. Zurück. Zwei. Drei. Nach vorne. Und eins. Zwei. Drei. Zurück. Dann wird es warm. Letztes Mal. Und vor. Zurück. Jetzt bleibst du da. Kleine schnelle. Komm so ein bisschen auf die linke Seite rüber. Und gehen. Mir ist schon ein bisschen warm. Ich hoffe dir auch. Sehr gut. Dann machst du jetzt einfach nur einen Schritt. Nach rechts. Nach links. Einen Schritt. Zum anderen Fuß ran tippen. Und wieder den Schritt zurück. Perfekt. Und mal in Bewegung bleiben. So ein bisschen den Puls oben halten. Und wenn es hier mal zu viel ist. Dann lässt du einfach die Rasiel weg. Die Arme weg. Machst nur die Schritte. Oder bleibst einfach mal in Bewegung am Platz. Nach rechts. Vorsicht. Zwei Schritte nach rechts. Einmal. Zwei Mal. Und wechseln links. Nach rechts. Und links. Rechts. Links. Und mal leise abrollen. Die Füße. Mach mal weiter. Und ich verändere die Arme ein bisschen. Die gehen hoch. Nach oben. Hinten. Oben. Hinten. Genau. Spür deine Schultern. Wenn du jetzt keine Basis hast. Dann mach deine Arme einfach auf. Öffne. Schließe. Und spür auch deinen oberen Rücken. Den wir jetzt auch ein bisschen kräftigen. Schultern. Arme natürlich. Geht noch. Vorsicht. Bleib bei einem Schritt jetzt. Nur einer. 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 Super. Bleib bei dem Schritt. Und versuch deine Arme kurz oben zu lassen. Halte hier. Und jetzt kreise mal nach vorne. Dann wolltest du Seilspringen. Vorsicht. Nach hinten kreisen. Zurück. Nacken entspannen. Bisschen noch. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und locker. Lass deine Arme schwingen. Komm mit den Füßen nach außen. Und lass sie einfach mal mitgehen. Gerne. Größer werden. Das heißt, richtig hochziehen lassen zur Seite. Ganz locker. Hast du so ein bisschen Platz nach hinten. Schau einfach mal, dass die Wand nicht ganz so nah bei dir ist. Und dann wirst du kleiner mit den Armen. Bewegst sie so, wie sie fallen. Das heißt, dein linker Arm vor, wenn du nach rechts gehst. Oder so möchten deine Arme jetzt gehen. Und tipp ein Bein ein Stück weiter zurück. Und das Ganze ein bisschen langsamer. Hinter. Seit. Seit. Hinter. Versuch deinen Arm einfach gegengleich mitzunehmen. Links hinter, links vor. Und deine Beine sind ungefähr hüftbreit, wenn du hinter gehst. Rück und vor. Rück und vor. Rück und vor. Versuch den Takt. Rück und vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Mal ein bisschen anderer Rhythmus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jawohl. Vielleicht spürst du auch deine Mitte, wenn jetzt dein rechter Arm hier vorgeht. Dein linker Arm. Spannung. Auch Spannung im Arm. Acht noch. Acht. Sieben. Sechs. Du sollst dich immer wohlfühlen. Wenn du das Gefühl hast, dir wird zu viel, dann geh einfach am Platz. Drei. Zwei. Halte links hinten. Stopp. Bleib hier. Und jetzt nimm dein Körpergewicht nach rechts und versuch dein linkes Knie anzuziehen. Ich komme ein bisschen seitlich. Rücken gerade. Bauch ist fest. Und du holst dein Knie. Standbein ganz ruhig. Kraft für den Po, für den Oberschenkel. Und dann kannst du noch mal schneller werden. Ha! Schneller. Schaffen wir noch zehn, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen. Und side to side, locker. Gib einen knackigen Po und knackigen Oberschenkel. Und du lässt deine Arme wieder locker mitgehen. Hinter, hinter, hinter. Gern in deinem Tempo. Rück, 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 rück. Und nochmal langsamer. Rück und vor. Rück und vor. Jawohl. Merkst du, dass deine Körpermitte da mitmacht? Gut. Schreib mal gerne nachher, wie es dir so mal geht bei dem Workout. Was dir besonders schwer fällt oder leicht fällt. Atmen. Rück, vor. Rück und vor. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte rechts hinten. Stopp. Und jetzt holst du dein Knie nochmal ran und weg. Ran. Ich komme wieder seitlich zu dir. Und weg. Rücken gerade. Bauch spannen. Und ganz ruhiges Standbein. Wirklich ganz ruhig halten. Becken wieder parallel ausrichten. Geht. So. Schneller. Und. Noch zehn. 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 Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und locker. Locker lassen. Weiter gehen. Sehr gut. Bleib in Bewegung. Roll nochmal die Füße richtig bewusst ab. Nimm deine Arme nochmal mit. Neben deinem Körper. Große Bewegung. Wirklich nach hinten nehmen. Deine Ellbogen zurück. Und versuch jetzt deine Knie im Wechsel hoch zu ziehen. Rechts und links. Nach oben. Bitte nur so hoch, wie du den aufrechten Oberkörper halten kannst. Ganz gerade. Und dein Knie kommt nach oben. Und dazu nimmst du jetzt beide Arme hoch. Bizeps. Hoch und tief. Hoch und tief. Genau. Kraft voll. Endspurt. Halte noch ein bisschen durch. Bleib noch in Bewegung. Eing nochmal an die Aufrichtung. Und jetzt nimmst du die Knie nach außen. Hoch. Dreh deinen Oberkörper mit. Hüftgelenke mobilisieren. Und noch einmal wieder nach vorne. Immer noch Bizeps, Trizeps. Noch. Vier. Drei. Und jetzt doppelt rechts. Zweimal. Einmal. Zweimal doppelt links. Nochmal hoch. Und tippe unten dann einfach nur die Fußspitze. Hoch. Und hoch. Klappt. Ein bisschen Balance, oder? Wenn du wackelst, ist es immer gut. Dann trainierst du deine Stabilisatoren. Es darf auch wackeln. Jetzt schau mal, was ich mache. Ich gehe hoch. Kreuze. Und tief. Hoch. Wenn es nicht geht, kreuzt du nicht. Hoch, kreuzen. Hoch, ab. Hoch, kreuzen. Ja, super. Nicht nachdenken. Wenn du nachher mal Lust hast, schau unter das Video. Dann findest du auch den Link zu deiner Unterstützung. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, freue ich mich natürlich. Mit zum Beispiel 2,50 Euro monatlich kannst du das tun. Also danke an die, die es bereits tun. Oder du abonnierst einfach meinen Kanal. Kostenfrei. Dann bekommst du immer mit, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube stelle. Jetzt machen wir noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und noch einmal einzeln. Und dann, lass die Arme locker. Nimm die Ferse nach vorne. Sehr, sehr gut. Lass die Ferse nach vorne tippen. Die Arme so richtig locker. Gleicht gespürt? Dann ist es gut. Komm so ein bisschen seitlich zu dir. Ferse, Ferse, Ferse. Und dann tippst du noch einmal die Fußspitze. Und die tippst du jetzt nach hinten. Schau mal. Ecken parallel zum Boden. Und jetzt die allerletzte Übung. Eine machen wir noch für den Trizeps, für den Winkearm, okay? Und zwar tippst du weiter, nimmst die Arme hier hoch, Schultern zurück. Schulterblätter küssen sich. Und dann ziehst du die Arme hier hoch, 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 hoch. Ganz kleine. Versuch mal die Bewegung aus der Schulter. Nicht aus den Handgelenken. Sondern die Arme bleiben ganz lang, 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 Impulse. Auch mal für unsere Aufrichtung. Für die Winkearme. Jetzt spürt man mal so, ne? Noch sechs mit jeder Seite. Noch fünf. Also ich spüre was. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und Ferse vor. Halte rechts vorne jetzt. Und bleib da. Und wippe. Ich mache immer spiegelverkehrt. Nicht wundern. Zurück die Schultern. Ein Stück nach vorne kommen. Leg deine Brassis, wenn du sie hast, rück mal ab. Tippe mit deinem rechten Fuß. Geht's in Handflächen. Alle Rezeptoren aktiviert. Halte oben. Und jetzt sinkst du tiefer. Versuch dein Knie zu strecken. Steißbein nach hinten schieben. Und vielleicht ganz sanft nach unten federn. Wichtig ist ganz gerade Rücken. Halte. Aufrichten. Einmal Fuß fassen. Knie zusammen. Drück den Fuß ein bisschen in die Hand. Spür die Dehnung. Hüftbeuger. Und wechsel dann. Andere Seite. Ich drehe mich so rum. Links nach vorne. Rücken gerade. Und jetzt erst mal tippen. Ganz locker. Bleib hier. Zieh deine Fußspitze ran. und feder mit gestrecktem Knie ganz sanft nach unten. Halte noch einmal. Richte dich auf. Fass den Fuß. Knie zusammen. Fuß in die Hand schieben. Bauch spannen. Empfehle. Rück das Video auch weiter. Wenn du jemanden kennst, der sich auch bewegen sollte. Dann gerne teilen natürlich. Jemanden schicken. Damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Und was für ihr Immunsystem tun. Dann löst du noch mal auf. Lass locker. Lass deine Arme locker. Ja. Rechter Arm. Kommt nach oben. Und den nimmst du jetzt zwischen deine Schulterblätter. Hier dazwischen. Und dann nimmst du dein rechtes Bein und kreuzt hinten. Hinter dein linkes. Okay? Genau. Und jetzt kommst du, der Oberkörper, nach links. Spür den Trizeps. Spür nochmal deine ganze Körperhälfte. Löse. Andere Seite. Lockern. Komisch jetzt, oder? Eine Seite länger. Andere Seite. Hinten kreuzen. Zwischen die Schulterblätter. Und dann ziehst du dich auf die rechte Seite. Jetzt die linke Körperhälfte spüren. Du kannst auch mal auf meinen YouTube-Kanal schauen. Da habe ich über tausend Videos schon geordnet. Also in verschiedene Playlists. Zum Beispiel Cardio, längere Einheiten, kürzere Einheiten, Intensiv-Workouts, Wirbelsäulen-Gumnastik, Bauchwände, Boden. Geh einfach mal drauf. Vielleicht findest du dich da noch besser zurecht. Lass nochmal locker. Löse. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn du mich abonnierst. Dann bekommst du mal Infos kostenlos, wenn wieder ein neues Video da ist. Jetzt lass die Schultern hinten. Tauche noch einmal mit deinem Brustbein nach vorne ein. Roll dich nochmal hoch. Atme aus. Noch einmal nach vorne eintauchen. Noch einmal rund. Und noch einmal genüsslich. Dann wieder rund nach oben kommen. Streck dich. Mach dich lang. Atme ein. Mit dem Ausatmen lässt du dich fallen. Locker. Einatmen. Und nochmal aus. Letztes Mal ein. Und jetzt streck und räkel dich in Richtung Decke. Nimm deine Beine mit. Fühl dich wohl, hoffe ich, in deinem Körper. Öffne die Arme. Und natürlich hören wir in der aufrechten Haltung auf. Schultern zurück. Brustbein nach vorne. Stolz und aufrecht. Und mit dem Ausatmen entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super, wenn du bis zum Schluss mitgemacht hast. Sehr gut. Aber wie gesagt, immer so wie es geht. Also immer mal Pausen machen. Zwischendurch ist alles gut. Nur so ein bisschen in Bewegung bleiben wäre immer ganz gut. Wenn du Lust auf mehr solche Videos hast, dann, wie vorher schon gesagt, geh auf meine Playlist. Da findest du dann auch eine Cardio-Playlist oder auch eine Brasil-Playlist. Wenn du mehr Lust auf Brasil hast, falls du welche zu Hause hast. Oder ich freue mich natürlich, wenn du ganz einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Bis dann. Bis dann.